Ich bin Lisa Herbst, bin Kinderpflegerin, arbeite bei der Diakonie Bamberg-Vorschheim. Die schönsten Momente sind natürlich die Entwicklung der Kinder, aber auch wenn sie morgens mal schlecht gelaunt in den Kindergarten kommen, weil sie keine Lust mal haben auf den Kindergarten oder weil sie einfach mal lieber zu Hause bei Mama und Papa bleiben möchten und wir können sie aber mit einem Lächeln wieder abends abgeben.